hallo und willkommen zurück zu lego marvel avengers ja wir machen weiter mit mission nummer eins versuchen auf 100 prozent zu bringen und ich glaube die hälfte von der mission haben wir jetzt in der letzten folge schon gemacht hoffe ich mal ganz sicher ich hoffe wir haben auch nichts verpasst bis jetzt gucken wir uns mal um okay da brauchen wir schon mal black video und tors strange brauche da beziehungsweise vision eigentlich eben wollte doch oder wenn du sonst noch was oder kurz dran weiter gucken hier haben wir sachen zum graben das heißt dann braucht man den jetzt mal hier das fahrrad okay beim letzten ist natürlich das richtige was wir brauchen und da haben wir einen dritten charakter wunderbar hätten das auch schon mal so das haben wir ja hier kurz mal gleich rum switchen erst mal nehmen den cap und machen jemals vorher weg ja genau tritt genau rein jetzt hier weiter haben wir hier noch irgendwo was ich glaube nicht so können wir kurz gucken und wir haben die charaktere wir haben stanley befreit den habe ich aber jetzt da auch schon gar nicht gesehen ich hoffe der ist noch mal da dass man den mal sehen kann und ja für noch drei stück und das rote steinchen noch das praktischer als man denkt ich muss kurz die ran wir wissen ja dass dacke zivile opfer herzlich egal sind schick die iron legion hin dieser quadrant ist nicht sicher bitte treten sie zurück wir sind hier um zu helfen bitte treten sie zurück wir sind hier um zu helfen wer hat den angriffsbefehl erteilt es sind die avengers sie haben es aufs zepte abgesehen wir werden nicht weichen die amerikaner schicken ihre zirkus sachen um uns zu testen wir schicken sie zurück keine kapitulation ich werde kapitulieren wenn wir den avengers die waffen geben untersuchen sie vielleicht nicht aber die zwillinge sie können es nicht mit allen nein nein ich meine die zwillinge hast du das nicht kommen sehen das talent unsichtbar blind hat ziemlich erwischt wir müssen ihn hier ausbringen ich bringe warten zum jet je eher wir weg sind desto besser du und stork sicher das zepter geht klar ich bin gleich drin gutbrücke ist unten ok gucken wir mal ob wir hier alles zusammenfliegen ich brauche schon mal abwischen tschüss tschüss was soll denn hier 287 285 227 244 245 245 245 245 So, Iron Man. Jetzt dürfen wir wieder was ausschneiden. Ah, gib mir mal das nächste. Hä? So. Was zum Basteln, ne? Gut, hier haben wir das nächste. Wir müssen uns schnell machen jetzt. Wir müssen uns schnell machen, weil... Wenn wir die alle besiegt haben... Oh, Piss. Ähm... Jetzt muss ich schnell machen hier. Was jetzt? Cap. Kann... Jetzt grad nicht, Leute. Äh? Ja, ist klar. Seid ihr tot? Steht wieder auf. Ich hab noch keine Zeit für euch. Ich muss doch mal irgendwie... Hört mal auf zu schießen, bitte. Ich hoffe, ich komm mal jetzt nicht weiter. Ich hoffe, ich komm mal jetzt nicht weiter. Ich brauch noch grad einen Überblick hier. Hm... Das war nur zum Speichern. Ich geh doch mal weg jetzt. Zum Speichern. Nein. Ähh... 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 Ich hoffe, ich find auch alles. hier gibt es nichts wahrscheinlich mal was was ich schon habe kann ich das noch mal aktivieren ja danke man tut halt was nötig ist so dann lassen wir weiter fliegen ich muss mir wohl eine verlässliche quelle suchen dieses joker ist sehr unzuverlässig so hier brauchen wir dann erst mal die cap jetzt habe ich gerade noch mal gucken ist nichts zum basteln ok das kommt wahrscheinlich später ja danke so kommen wir hier rein hier gibt es aber nichts dieser ist sehr unzuverlässig da hinten gibt es was wir müssen das nur abschalten oder wir fliegen drumherum wenn es geht ok was fehlten uns noch rot und einmal ich muss mir wohl eine verlässliche quelle suchen dieser ist sehr unzuverlässig ok ja da waren wir ja schon da können wir uns jetzt noch etwas abgreifen aber wie komme ich jetzt mal hier weiter ich muss mir wohl eine verlässliche quelle suchen dieser strager ist sehr unzuverlässig ich glaube wenn ich den anquatsche dann geht es weiter lasse mich mal kurz gucken gab es hier nicht auch noch eins zum sammeln oh nein ich mache erstmal nichts ich gehe erstmal zu ihm dieser strager ist und was bitte haben sie hier zu suchen hätte nicht gedacht sie hier anzutreffen warum ich hier bin zu sammeln versteht sich ein handel sollte stattfinden doch es sieht so aus als sei barons trucker nicht verfügbar krieg von dem die roten steine sollte sie sein monokel finden wäre ich gewillt ihnen ein sehr großzügiges angebot zu untermaußen außerordentlich elegant schade dass barons trucker nicht hier sein kann ich sollte wohl nicht nachfragen woher sie es haben es sollte nur nicht mit mir in verbindung gebracht werden und wir haben dieses monokel einfach haben es ist sehr stilvoll so jetzt muss man gucken wie wir jetzt nochmal den lieben herrn 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 wir haben noch so ein medikit dann hätten wir alle auf hundert prozent ich hoffe das gibt es hier drin sicherungsmodus oder sind wir fertig gut und ich habe was größeres ich stehe vor dem hauptgewinnt ich glaube ich glaube wir haben einen verpasst herrn 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 herrn